Hallo, ich rede über die Linux-Distro NixOS. Das ist eine Distribution basierend auf einem rein funktionalen Paketmanager. Was das bedeutet, werde ich gleich näher erläutern. Mein Name ist Johannes Rackam und bin Web-Developer und habe um vier einen Talk über Plan 5. Falls es sich jemanden interessiert, bitte vorbeikommen. Also, zuerst möchte ich nochmal fragen, kennt jemand NixOS von euch? Bitte aufzeigen. Schon mal gehört oder irgendwas? Einer, zwei. Okay, ja, es ist recht neu und unbekannt. Das ist eine Linux-Distro. Wie gesagt, die basiert auf dem funktionalen Paketmanager Nix. Und Nix ist ein, also sie schreiben selbst, ist ein Purely Functional Package Manager. Die Pakete werden mit einer funktionalen Sprache der Nix Expressions definiert. Und die haben keine Seiteneffekte. Das ist ja eines der Grundkonzepte von funktionalen Sprachen. Und mit einem definierten Set an Eingabe-Variablen für diese Nix Expressions kommt immer dasselbe Paket, dasselbe Binary, dass man sie installieren kann, raus. Das funktioniert dann so, dass die Binarys in einen Nix-Store abgelegt werden. Also die werden nicht über das gesamte Systemverzeichnis in User in Slash-USR verteilt, sondern die landen alle in Slash-Nix-Store und einen eindeutigen Hash als Pfadname. Das schaut dann ungefähr so aus wie diese Firefox 2.01 Installation. Die Installation, die hat einen ganz definitiv eindeutigen Pfad, unter dem es erreichbar ist. Das bringt Folgendes, dass man mehrere Versionen vom gleichen Paket zur selben Zeit installiert haben kann und dass die Dependencies auch völlig vollständig sind. Also davon kann man ausgehen, weil diese definiert werden müssen. Das muss auch natürlich für andere Distributionen und Paketmanager die Abhängigkeiten definiert werden, aber implizit sind viele Abhängigkeiten bereits da. Insofern können dort Fehler passieren, aber nicht bei Nix-OS, weil die Compiler suchen nicht im Nix-Store nach irgendwelchen Paketen, die eventuell da sind, sondern die müssen wirklich explizit alle definiert werden. Dann gibt es einen Multi-User-Support, also es kann jeder User eigentlich einen eigenen Nix-Store haben und eigene Pakete ohne Route-Rechte installieren, wenn man das will. Dann sind Atomic-Upgrades und Rollbacks möglich. Also man upgradet ein System und erst zum Schluss, nachdem alles gut gegangen ist, wird ein letzter Sim-Link gesetzt. Und dann ist das neue System einsatzbereit, man kann neu booten und falls das nicht funktioniert hat, gibt es Rollbacks zu vorigen Versionen. Es wird alles nur gesymlinkt. Es gibt auch eine Garbage-Collection, also nicht mehr benötigte Pakete im Nix-Store, auf die niemand einen Sim-Link hält, können gelöscht werden mit einem automatisierten Mechanismus und das Ganze ist stateless. Also die Nix-OS-Disposition zu einem bestimmten Zeitpunkt hat keine Dependencies auf irgendeinen anderen Zeitpunkt. Und, also weiter, was ist Nix-OS? Das weiß der Package-Manager Nix. Und Nix-OS basiert eben auf Nix und hat ein deklaratives Systemkonfigurationsformat. Das zeige ich dann in der nächsten Folie her, wie meine Beispiel Nix-OS-Config aussieht. Dann kann man damit wiederholbare Deployments und Rollouts machen, eben weil man immer davon ausgehen kann, dass immer das selbe Ergebnis erzielt werden kann. Und die Upgrades durch den Paketmanager Nix sind reliable, also die funktionieren. Sie sind atomic. Es gibt Rollbacks, diese Features alle, die durch den Nix-Package-Manager bereitgestellt werden. Denn die Systemkonfiguration ist wiederholbar und man kann einfach Changes testen, weil man immer auf einen vorigen State zurückwechseln kann. Das Ganze ist ein, also die Nix-Packages sind Source-Definitions, also solche Nix-Expressions. Und daraus kann man beinahe das bilden, also machen lassen, auch von einem automatisierten Bildsystem, das in Holland, dort wo das ganze System im Rahmen einer Dissertation erfunden worden ist, wird unter anderem auch von Philips dieses Hydra-Package-Spielsystem gesponsert. Und das Ganze ist konsistent, also eine bestimmte Systemkonfiguration bringt immer wieder dasselbe Ergebnis, wenn man es ja öfter laufen lässt. Multi-User-Package-Management, und das wäre meine Beispielkonfiguration. Ich habe auf meinem Computer Nix-OS installiert, aber verwende es ehrlich gesagt noch nicht produktiv, weil ich das erst seit einem Monat oben habe und ich habe den Umstieg von Fedora noch nicht geschafft. Ich verwende Fedora im Moment, möchte aber definitiv dahin. Und die Konfiguration sieht eben so aus. Hier sind meine Bootloading-Variabeln definiert. Das Ganze ist ein EFI-Boot-System. Networking-Host nehmen, dann werden ein paar Services definiert, der X11-Mindoring-System. Genatix wird enabled. Also die Konfiguration sieht so in dieser Art aus. Es muss natürlich für jedes Programm und jede Funktion, die man konfigurieren möchte, über diesen Weg muss es natürlich einen Mechanismus geben, dass man das auch so konfigurieren kann. Zum Beispiel, wenn man eine Nix-Expression für ein ganz neues Paket definiert, oder sich einfach über den normalen Source-Weg etwas installiert mit Make-Install und etc., stehen solche Nix-Expressions noch nicht zur Verfügung, die müssen erst definiert werden. Hier werden File-Systeme eingehängt. Swap-Devices. Und da unten beispielsweise habe ich angefangen, einfach ein paar Systempakete, die ich benötige, wie Firefox, Chromium, Wim etc. zu definieren. Und die werden dann einfach installiert. Und im Optimalfall habe ich dann genau eine Konfiguration, die ich mit diesen Befehlen auf jeden Computer, den ich haben möchte, sofern die deployen kann. Die Installation schaut ungefähr so aus, man lädt sich ein ISO runter, formatiert ein USB-Stick damit und bootet davon, richtet mit F-Disk und Make-FS den Computer her, die Partitionen, mountet die, generiert eine Konfig, editiert diese, oder beispielsweise kopiert eine Konfig, so wie ich es gezeigt habe, her, in diese gemountete Partition und setzt dann den Befehl NixOS install ab und rebootet das System. Und die Sache ist erledigt. Gut. Das sind dann bei links, die interessant sind. Der Domen Kosa aus Slowenien, der stoppelt man oft drüber, über seine Vorträge. Der hat auf der Faust beispielsweise einen NixOS-Vortrag halten und so und pusht das System. Und danke für die Aufmerksamkeit. Das war alles. Bei der Konfigurationsteine, wie kommt man drauf, damit man ein bestimmtes Ziel erreichen kann? Das ist alles dokumentiert. Es gibt ein Befehl, also wenn man die Mainland-Page von irgendeinem NixOS-Installer oder Konfig-Zeugs aufruft, dann bekommt man alle Optionen, die zur Verfügung sind, präsentiert. Auch die, für die extra Nix-Expressions geschimpft sind, die hängen sich dann irgendwie so rein. Vielleicht merkt ihr, dass ich nicht ganz firm bin mit dem System. Eben, ich habe es gerade erst installiert. Aber im Prinzip ist das alles dokumentiert und so findet man raus, wie man bestimmte Ziele erreichen kann. Über Manual-Pages ist das zu gewünscht. Machen wir schon Arm-Support oder ist das eben so? Arm-Support? Weiß ich nicht. Da wäre ich entspannt. Ja, es ist auch so, dass die Community sehr klein ist. Auf diesem GitHub-NixOS-Repositor-Organisation, dort sind ungefähr 20, 30 Leute, sind dort Mitglieder. Und ich kenne drei davon persönlich, oder vier, die dort Mitglieder sind. Die kommen aus dieser Blanc-Community. Und in Wirklichkeit ist das schon eine sehr kleine Community. Und das heißt auch, dass man nicht jedes Paket, das man installieren möchte, gleich findet. Da müssen wir erst eine X-Expressant eventuell schreiben. Und dann findet man sich selbst als Maintainer eines Pakets wieder. Das ist eigentlich auch der Nachteil von XOS. Aber die Idee ist auch, dass durch weitere Adoption und so und größere Verbreitung die Situation verbessert wird. Und es gibt ja einen recht guten Automatismus, wie Pakete aktuell gehalten werden können. Also, ja. Okay, danke.